so was haben wir hier schönes farm der juana sehr viel essen bei matrosen rei eine eisendonner sehr viel geld bei baby pern sind geld und da ich ja schon maximales maximale moral haben packen wir einfach alles mal weg das ist eine lanze zweihändige ok ja das ist schon sehr viel geld also nehmen wir alles und da muss bei der gelegenheit auch gleich noch ein neues kopfgeld verdient okay mit der dau da möchte ich mich nicht unbedingt anlegen okay wir konnten die dauer abhängen sehr gut 17 löhne ok wahrscheinlich weil die leute einen stufenaufstieg hatten was sagt denn so mein schiff du bist jetzt immer so sehr gut ich bin jetzt stufe zwei kapitän du bist ein besserer koch das sollte uns eigentlich ja minus 25 prozent geben das heißt wir brauchen essen nicht so schnell so trinken sollten wir mal aufstocken ja dann später müssen wir irgendwann mal obst reinpacken um das wasser auszugleichen während wir wieder was anderes zum trinken anbieten damit die moral nicht weiter sinkt weil meine moral sollte ich schon so bei 90 haben ja ich habe keinen chirurgen hier steuermann und bootsmann ja kann und als kannoniere habe ich euch leider noch nicht gebraucht bis jetzt ja maukotus versteck ist das nicht die eine die wir die sache ist nur wo finden wir tahe ach blödsinn 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 ich werde doch nachher song wo den jungen abliefern ja gut ein kleines bisschen umweg aber hat sich gelohnt wir haben nämlich so ein kopfgeld einstreichen können erwartungsvoll blickt er da hoch als bern die die feind ohne ein wort irgendwann zu irgendjemand verlässt bern marschiert davon statt dabei mit seinen eingezogenen armenstuhl geradeaus er langsam schreibt im schritt auch nicht als er an edder vorbeikommt bern der junge ist bereits einige schritte gegangen bevor er überhaupt irgendwas gehört zu haben scheint als er endlich stehen bleibt dreht er sich nicht sofort nach edder um als wollte er sich allen möglichkeiten offen halten es vergeht einen langen augenblick dann wendet er sich doch um mit einem hartnäckigen zögern ich bin mir nicht sicher worüber du spreche ich habe mein leben und ich weiß dass ich es von dir habe ich weiß dass ich dir dankbar sein sollte aber die wahrheit ist dass ich nicht weiß ob ich wirklich hier sein will oder was ich tun sollte und ich weiß immer noch nicht was ich ihr das sagen soll wenn ich ihn eines tages treffe er ist es sollte umgekehrt sein er ist derjenige der die eine erklärung schuldet bern weicht ihr das blicken aus hörst du mich junge er schuldet dir etwas bern nick geistesanwesen statt weiter auf dem wohnen und sagt nichts mehr ja level ab für tekeo tiefblick und akana von mir aus erst mal das haben wir schon unheimliches glück ihr mut ist so dick wie stahl zehn punkte schadensschild alle für zehn sekunden das klingt böse fein ziel zufälliger effekt vier brandvieh hiebschaden pro drei sekunden für sechs sekunden das ist nicht schlecht es ist gegen gewandtheit wirkung resistent gegen macht wirkung das ist nicht schlecht schnell wirkung zauber könnte ich nicht irgendwas machen dass die musik von ihm länger anhält ermächtigungen erhöhen töte die bestie mit alter der stärke die das ist nur anhalten der ermächtigung das hier ist auch nichts besonderes passive fähigkeiten interessieren mich gerade recht wenig bewegte fast tief im inneren des feinen im wirkungsbereich wodurch diese bezaubert werden bezaubert für acht sekunden und das hier das lange sie bezaubert sind verursachen gegner mehr schaden das wäre nicht schlecht verängstigt feind im wirkungsbereich bewirkt noch ein anzug auf alle verteidigungen das wäre auch nicht schlecht gesundheit wiederhergestellt immunität gegen entschlossenheitswirkung ist das hier nur gesundheit wiederhergestellt ach und die immunität und dann kommt hierhin zu brandschaden hä der sängerschaftsverhältnisse schaden so verbindet wie vor dem wirkern unterhalten monität gegen negative auswirkungen verbringt gegner unterteilt geister und gefäßen größeren schaden ach so 35 brand gegen gegner ich glaube ich sollte das hier mal nehmen so heilung und gegner verbrennen klingt gar nicht mal so schlecht oder ich könnte gegner kontrollieren das klingt eigentlich besser einen gegner kontrollieren zu können das ist hier dann so jetzt haben wir die erleuchtende fahrt abgeschlossen wir konnten bären davon überzeugen dass kiff welches die anderen mitglieder seiner sektik getrunken hat nicht zu trinken er hat die strapazen überlebt doch er scheint nicht davon überzeugt zu sein dass dies zu seinem besten war ja ich muss jetzt wirklich mal gucken ob sie es nicht doch lohnt noch mal über port meyer zu fahren und dieses andere kopfgeld zu holen damit wir das auch noch haben aber port meyer ist halt da ganz unten und ich bin die weltskipperin ist da da ist ein todesfeuerhändler da ist ein todesfeuerhändler sklaven sind halt scheiße besondere orte vor todeslicht aschgrauer rachen da ist die kawara bodenwacht stauchholz ich habe noch so verdammt viel zu erkunden hier vor allem das alles zu erkunden könnte eine ganze weile dauern ja das blau ist unabhängig das sind hauptsächlich todesfeuerhändler bei dem wir vielleicht sachen kaufen könnten dämmungssterne ist gar nichts zu sehen huana auch nicht prinzipi sie ist ein prinzipi schiff sklavenhändler also königliche todesfeuergesellschaft sind zwei gerade und die valianische handelsgesellschaft hat auch gerade ein schiff hier unterwegs nebenbei das hat mir ja aber jetzt nicht im ruf oder so geschadet oder dass ich gerade ein huana schiff versenkt habe nekataka und huana scheinen eh zwei verschiedene paar stiefel zu sein ja alles andere sieht gut aus wie sehen eigentlich so meine erfolge aus ich habe jetzt gerade wieder was neues gekriegt bringe deine erste schiffsverbesserung an eine verbindung schmieden schließe die man über bord fest ab ja das hier sind die drei quest rein ne halt das sind zwei quest rein ne das sind quest rein die huana fraktion die prinzipi die todesfeuergesellschaft die valianische handelsgesellschaft fünf bomben fünf zaubertränke ah er ist ein kapitätsrand erworben erwerbe im rahmen des spiels ein schiff jeder art verzaubere fünf gegenstände er überleben bei einem angriff von einer meuterten mannschaft ja 15 kopfgeld erledigen das könnte eine weile dauern meisterkapitäts rang das ist max rang das ist rang fünf glaube ich gewalt nicht kartierten namen kartierten inseln einen namen ja das kriegt wir auch noch hin demok der verschlinger stelle fünf fallen fallen habe ich ja schon ein paar gestellt alle helfer habe ich noch nicht angeworben ja gut jetzt wollen wir aber erstmal gucken dass wir wieder nach ähm äh ich komme garantiert nochmal hier runter ich muss ja noch vor todeslicht sowieso ich habe halt immer noch keine ahnung wo ich tahehe finden soll südlich von nekataka ja gut wir können mal kurz hier in den süden segeln minus 10 el minus 6 reis das weil das hier ist jetzt das gebiet südlich von nekataka und ich habe ehrlich gesagt nicht das gefühl dass sie sich bei den sumpflauern versteckt äh oder den waldlauern ja was hat denn der händler zu verkaufen patrosenbrei hm aber ne ich nehme das ale ab medizinische vorräte reparaturvorräte das brauche ich gerade alles nicht das ale nehme ich ihm ab und den schleimahl nehme ich ihm ab die grog könnte ich ihm noch abnehmen aber ne grad nicht so dankeschön das heißt das ale kommt auch wieder nahrung ja stimmt den rumpf haben wir noch gar nicht angebracht ja 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 ja